Das ist eine gute Frage. Ich möchte mit mir zurück in die Drogenstelle gehen. Okay. Lee? Ja? Du bist nicht schlecht, oder? Ja, ja. Warum hast du mich das gefragt? Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das, weil er eine der Dinge, die dich zu essen versucht hat? Das ist kompliziert. Manchmal passieren Dinge, oder du machst Dinge und du kannst sie nicht erklären. Ich habe ihn noch mitbekommen. Das ist das. Kannst du ihn nicht bringen. Wie fehlt dir denn das Spiel bis jetzt, Benny? Ja, es geht. Also es muss erstmal so ein bisschen... Ja, es muss reinkommen, ne? Es muss in die Story kommen. Und, uh, I'm kind of in the Jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the roaming ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies and you got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. It doesn't sound too bad there right now. Okay. Let's have a so Glenn rauswogen jetzt. Das wird interessant. Ja, Problem ist aber, äh, wir brauchen halt den Schlüssel. Den, den doofen Schlüssel. Können wir den in die Toilette rein? Nee, können wir nicht. So, was hast du hier? Kassel, Plotter? A radio. Can't get it to work though. Here, let me have a look. Boah, das wäre so geil, wie sind denn der letzte Schlüssel drin gewesen? Schade. Yeah, of course. Yeah. No. I can try to find some. Need two. Yeah. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. So, mit ihm haben wir noch herangesprochen, oder? Ja, nicht richtig, oder? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? Heh, I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, okay. So, let's go have a look around. Cool, and we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Jesus. Jesus. Our goddess. Wow. And they're just films in here. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Ziegelstein, was haben wir denn noch? Ich werde mit ihnen umgehen. Da müssen wir eigentlich lieber Tobin aus der Schamdienung nehmen können. Dann mal probieren. Aumarkt, ach du Scheiße. Fernsehen an, ah. Ach so. Ey, wir machen jetzt einen Eiertanz darum, irgendwie, dass der Knecht seine Nitroglycerin-Pillen kriegt. Der Penner, wohl ihr merkt. Ich würde es nicht machen. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Hä? I got a few of them to take notice. Super interessant. Aber nicht genug. Schade. Vielleicht noch ein bisschen lauter machen, oder so? Okay, Code. Baumarkt anschauen. So, also, wir haben noch das Schloss. Das ist ein Bruder. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Ich weiß nicht, es könnte jemanden, du weißt. Sie starten rot und dann alle schiefen. Und... Ich glaube, es ist wertvoll. Ich will sehen, was ich finden kann. Es ist ein Kombination-Lock. Und was ist, wenn er nochmal auf den Typen da... ...unser Bruder? Genau. Nee, nee, auf den Bruder... ...und den Mountains-Groats. Wie kannst du dich sicher sein? Ich habe das gefunden. Der Mann in der Fotos hat hier gearbeitet. Die Schläge sind auf ihm, sind so gut, wie wir es können. Ja, ich agree. Warum zur Hölle macht er da jetzt so einen Arsch auf das, irgendwie, dass er sich da aus dem Foto ausreißt? Irgendwie. Damit er nicht in Verbindung gebracht wird mit dem, ne? Ja, aber es ist doch wertvoll, als wenn Duck jetzt hier irgendwas... ...ja, keine Ahnung. Also, nimm den Stein und werf ihn weg. Wir müssen also erstmal irgendwie dieses Schloss aufkriegen. Wir müssen ja ein Schloss aufkriegen. Wie könnte die Kombination von diesem wunderschönen Schloss sein? Kannst du die denn überhaupt eingeben oder einfach nur darauf zugreifen? Hm. Tja, wir kommen auch nicht zurück, oder? Nee. Kommen wir nicht? Don't come back. Ne, sieht nicht so aus. Gehen wir wieder hinein, guck mal, da kannst du wieder reingehen. Weil dann kannst du nämlich mit dem Stock vom Opper oder vom Vaddeln einen Stein ranziehen. Gute Idee. Gute Idee. Und dann rüberschmeißen und dann... ...Kombinationen suchen und keine Ahnung, Gott. Ich frage jetzt, wie lange hält er da unten noch durch? Naja, anscheinend eine halbe, dreiviertel Stunde Minimum. Aber du kannst den Stock ja gar nicht nehmen, oder? Oder kannst du... Nee. Scheiße. Boah, aber das wäre schön gewesen. Äh, können wir denn irgendwas anderes nehmen? Dann müssen wir vielleicht nochmal in Apotheke gucken, ob wir da irgendwas haben. Ja, wir können nicht rein in Apotheke. Nee, ich mein jetzt in dem Vorraum. Gibt's da noch irgendwie Sachen? Äh, wie ist die Stockradio? Keine Ahnung, Antenne? Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Wieso reden wir mit Charlie? Charlie ist hinten. Ist die, äh... Nee, warte du, warte du, warte du. Warte du? Ja, die mit der Waffe. Die mit dem Radio. Ah, okay. Oder? Ja, Charlie. Oh, thanks. Oh, thanks. You're welcome. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It means the big, stumpy ones. Stuck doch mal. Yeah, these are no good. Hm, okay. Schade. Hast du mit denen eigentlich schon mal geredet hier währenddessen? Vielleicht haben die ja noch ein paar Infos. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Alle mit L. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. That was hearts acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad. That didn't help. That didn't help. Okay. Naja, komm. Aber er hat auch angefangen. Ist doch von hier? You're from here? I work at Warner Robins. The Air Force Base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Ah, was weiß noch jemand hier, als ihr angekommen seid? Was anyone here, when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? What are you hanging apart? Yeah. I'm fine. Did you know anybody here? Yeah. The owners, they were out. We were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Hmm. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more... more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Hmm. He's got it, too. Ah, fuck you! Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah? Ah... Ah, that's a good one. That's a good one, Kyle. Weiss I don't know. Weiss I don't know. Chat! Lieber Chat, you're asking now. We can decide. And you take your choice. Weiss. Also, Moody sagt, Nummer eins. Äh, Herr Junger sagt, Nummer zwei. Und Morgayoyo ist bei Moody und sagt, äh, Nummer eins. We got kids here. Family. He and I are a family. I'm just saying, some people can handle a temper like that. Hell, it seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything screwed. Where's her mom? Savannah, I think. Oh. You guys aren't together. Oh, uh, no. I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. I'm gonna get back to him. Sounds good. So. Hat uns aber trotzdem nicht weitergebracht. Wir kommen leider immer noch nicht aus der, aus dem Ding da raus. Also, wir brauchen irgendetwas, wir brauchen eine Kombination. Vielleicht das ist der Tagesmenü. So. Komm auch nicht dran vorbei. Also eine Kombination und irgendwas, weiß ich nicht, wo wir uns das Ding da vorziehen können. Stein holen können. Ich versuche. Also Atok würde ich natürlich sagen, irgendwie sowas findet man eigentlich hier. Sollte man meinen und nicht vorne. Aber... Ja, aber da hast ja auch nicht so viel Auswahl, oder? Ja, eben. Leider. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Tja. Stidi. Wart mal jetzt. So. Kannst irgendwas grabbeln? Was war denn da jetzt rechts? Irgendwie bei den Fotos vielleicht noch irgendwas? Du hattest ja gerade rechts in die... In die... Hier, ne? Ja. Eine Batterie. Ha! Wo ist es von? Bestimmt die dicke Klobier. Und ich... Ich weiß noch, wo eine war. Warte, ähm... Geh mal, geh mal... Ja, geh mal da lang. Äh... Richtung, ja. Da unten. Jetzt unter deinen Füßen. Genau da. Zweite Batterie. So. 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 Ein Aus. Und wir müssen uns umdrehen. Ah, ist ja nicht richtig drin. Ha! Lol. Ha! 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 Das ist doch Humor, Alter. So. Oh, die Antenne! Kannst du die nicht einfach... Also, wenn die nicht abbrechen können und mitnehmen können zum Stein da rausholen? Das wäre schön. Das wäre schön. Vielleicht können wir das noch. Wer weiß. So. Hover? Oh. Oh. In the event of a full... Uh. My... My producer is telling me we have to get off the earth. Steve. Uh. The WWE pushes you and your loved one. God bless you all. Okay. Das hörte sich nicht gut an. Ne. Kann ich jetzt... Jetzt... Kann ich mal das Radio mitnehmen? Mit der Antenne, weil... Als wenn ich mit der Antenne jetzt den Stein ranpopeln könnte. Wenn ich sprich dann auch mal mit ihr. Vielleicht kann ich das jetzt wieder... Oh nein. Oh nein. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. Hmmm... Sie ist da vergeschlagen. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. That you pretty heard it? That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parent's basement sorta way. Huh? Huh? Oh, nothing. What? 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 How did you end up here? We drove up to cover the cherry blossom festival. Real hard hitting stuff. Sounds worth it. So. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Weil den ... Hätte sie nicht eigentlich auch die Scheibe irgendwie ... Na, boah, hier machen wir ja auch Lärm. Weil ... Was? Scheiße! Geh runter! Ich frag mal gleich, wenn ich die Wahl habe, die Waffe zu benutzen, soll ich sie benutzen? Das ist eine gute Frage. Hast du das gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Sei bereit, zu schießen. Schön! Ich bin glücklich, dass du hier bist. Jesus, Glenn! Wo die sagt, immer Ballern. Genau dann war es nicht so hart. Können wir hier raus, bevor man diese Dinge uns bemerkt? Nicht noch. Es ist eine Überzeugung da oben. Kein Weg, wir müssen jetzt gehen. Hör, ich war hier, um Gas zu suchen. Und dann, da oben in der Körnerruppe, hörte ich die Schreie von innen. Wer ist das? Es ist eine Frau. Wir haben gesprochen, und sie wurde erschrocken. Ich versuchte, um sie zu helfen, und sie begann zu schreien, und sie sagte, dass ich sie gebeten wurde. Ich versuchte, dass ich sie nicht bin. Und das ist, dass alle diese Leute aus der Forrest kamen. Ein paar haben mich fast getroffen. Und ich habe in der Eis-Maschine gescheitert. Glücklich, du. Jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Wir können sie einfach weg. Das ist richtig, wir können. Ihr seid zu schuldig, über eine Frau. Ich schaffe sie, mit oder ohne dich. Denk an, wenn es du warst. Okay, wir gehen, Glens Damsel in der Strecke. Das wird nicht gut ausgehen, Freunde. Das geht nicht gut aus. Wunderbar. Okay, das ist der Parcours. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du da vorbei willst. Wir wissen nicht, wie hart es wird, um sie aus dem Raum zu entfernen. Ja. Es ist fertig. Also müssen wir alle von ihnen in hier töten. Ganz ruhig. Es gibt immer diese Dinge. Jetzt schauen wir uns um. Okay. Das ist aber toll. Na dann, äh. Okay. Ich kann jetzt wenigstens oben rüber schauen noch. Okay. Das ist alles. Okay. Ja, letztendlich. Zur Not muss ich halt schweinend auch probieren hier irgendwie. Ist da was drin? Und das mit Quick-Time, Steve. Das wird gut. Na, na. Bisschen Selbstvertrauen hier. Ne? Oh, Screwdriver. Ah, Scheibe einschlagen ist scheiße. Ah, Scheibe einschlagen ist scheiße. Kannst du vielleicht gucken, ob du von der anderen Seite rankommst? Oder von oben irgendwie? Seht nicht gut aus. Da ist genau einer davor. Oh. Oh. Okay. Guck mal, wenn der nach... Also wo? Na ja, so. Dann schaut er bloß nach oben. Ne, wenn du nach oben guckst? Also wenn du den Fall nach oben nimmst? Dann ist er auf die Ladefläche drauf? Ne, macht er die gleiche. Ach so, okay. Also links und rechts ist... Ne, rechts und oben ist dasselbe, okay. Probier mal eins ganz rechts. Nicht das hat... Schaut, bildet mal rein. Ach so, ah, warte mal. Vielleicht hätte man jetzt... Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wenn ich jetzt nach links drücke... Ne. Jetzt hätte gedacht, kick doch die Ladefläche, aber macht er nicht. Was ist, wenn ich die Scheibe einwerfe? Der kommt angekrochen und ich mit Schraubenzieher... Probier's. Im Meer jetzt sterben kannst du nicht. Tja. Das hört sich gut an. Das probieren wir jetzt. So. So. Dann hau ein die Scheibe. Das haben wir jetzt zum 8. Mal schon durchgeguckt. Na dann. Ohohohohohohohoh. Ohohohohoho. Ohohohohoho. Das muss richtig weh tun. Ok. Nee, er will das nicht. Dann muss ich nochmal kurz zurück. Links neben der Mauer liegt was. Links neben der Mauer liegt was? Schreibt Jojo. Also dann gehöre ich wieder zurück zur Mauer. Links neben der Mauer. Oder meinst du, dass hier hinten... Also wenn du jetzt nach links rüber guckst... Hast du irgendwas? Nee, kannst du... Aha! Danke, Jojo. Ein Kissen! Sensationell! Vielen Dank, Jojo. Okay, gut. Dann ist jetzt klar. Auf zum Truck. Den Zombie mit dem Kissen ersticken! Meine Güte, ey. Oh, wow, ein Kissen. Ja, Mojo, Jojo. Ja, das ist ein Truck. Das ist ein Meisel in den Truck. So, okay. Put den Pillow. Was? Ich weiß nicht. Hast du keine Tricks, um in die Fahrzeuge zu kommen? Nicht ohne Geräte oder ein paar Geräusche zu machen. Und nichts mit Pillow. Was? 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 Wie? Nee, ich wollte das Kissen vor die Scheibe machen und dann... Stevie! Du nimmst das Kissen für den Zombie! Was, der andere vor der Mauer oder was? Nee, hier am Auto. Was? Genau denn. Du darfst jetzt mal Kissen ersticken, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst, oder was? Nein, Mensch. Jetzt Schalldämpfer hier. Zack, ran da. Und jetzt kommt sie mit der Pistole und puff. Alter, das macht doch keinen Lärm, oder was? Nein, in der Story nicht. Ach, also... Also... Jetzt kannst du das Auto pushen. Bisschen unlogisch für mich jetzt. So, was haben wir denn hier? Ist doch, weißt du doch, Filmlogik. Stevie, Filmlogik. Oh, erstmal der da auf rein? Ja, okay. Mhm, mhm. Sehr gut. Sparky. 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 Du solltest auf das halten. Du kannst in die Hand kommen. Schau mal, schau mal in die Ecke. Okay. Zurück schauen. Weil ich weiß, was du mit der Zündkerze wahrscheinlich machen darfst. So. Ja, Multi. So doof. Da muss man erstmal denken. Was denn? Jetzt haben wir mal Push, oder wie ich sagst. Das war großartig. Das war großartig. Das war großartig. So, scheiße. An die Axt kommen wir nicht ran. Nee, aber dafür kommen wir jetzt ans, äh, Fenster ran. Genau. Da macht mal jetzt nen Lärm, aber... Let me see the spark block. Warum? Warum? Richtig. Und jetzt ist einfach einschmeißen. Glück gehabt. Glück gehabt sei es dazu. So. So. Und hallo, wenn der da noch. So ist gut. Das ist genau was ich dachte. Was ist das so? Jetzt ist... Die Frage, können wir jetzt zurück zur Mauer und den Typen von hinten killen? Ja klar. Auf jeden Fall. Oder hätten wir den Typen drüben, wo die Axt ist? Nee, den hast du jetzt erstmal so, ne? Jetzt nimmst du jetzt... Jetzt gehst du hier links und machst erstmal hier, äh... Und dann schlechst du dich von da an, an ihn an und machst von hinten... Den Stealth kill. Ja, dann nehm ich nicht. Okay, dann guckst du nach da und machst da den Stealth kill. Musst aber schnell sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Nicht? Ich warte auf ihn, um näher zu kommen. Ich warte auf ihn. Oh! Das war ein Tick zu lange gewartet. Aber wir haben zum Glück einen guten Safepoint. Wenn nicht, kannst du es ja auch machen, dass du erstmal bei der Mauer drüber guckst. Den anderen unlockst, um den erstmal auseinander zu klavüstern. Dann, ne? Einen nach dem anderen, so nach Motto. Ah, sehr gut Steve, sehr gut, sehr gut. Und Platsch. Okay. Und jetzt den anderen. Und? Nein! Noch nicht in die Brust, Mann! Okay, ins Auge geht auch. In der Kopf. Du musst immer machen, in der Kopf. Aber jetzt hat es wenigstens erstmal funktioniert. So, jetzt hau den auf wenigst. Oh, das Ding ist doch. Ich wollte. So, und jetzt haben wir auch den Schraubenzieher nicht mehr. Ja, aber dafür kannst du jetzt die Axt nehmen. Und jetzt haben wir auch noch ein Schatz hin. So. Und jetzt haben wir auch noch ein Schatz hin. So. Wenn das geht, geht es um zu hell. Okay, wir werden gleich hinter dir. Los! Los! Wir nehmen den Schlangtoch. Naja, hab ich keine Option gehabt zum Schlangen. Na los, komm, komm, komm! Na! Ab mit dem Kopf! So, jetzt ist die O schon tot. Eine totale hohle Nummer, wahrscheinlich. Ihr könnt's werden, die ist die Bissen. 100 Euro. So. Mach das weg. Hallo in there. We're here to help. Please just go away. Let's go guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. She's in trouble. Miss, we're coming in. We're coming in. Nimm die Axt und dann haust du noch den Satz raus. Hier ist Johnny. Ja, dass er keine Rückenschmerzen kriegt bei dem krummen Laufen. Ja, das wirklich. Stopp! Just stopp! Ich komme raus. Okay, sie kommt freiwillig. Oh Gott. Oh Gott. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Okay. We'll leave. Just try to take care of yourself or whatever time you have left. I don't want to take care of yourself. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're, they're satanic. What's that? Na, Waffe eben? Oder nicht Waffe eben? Also, ich wäre nicht dafür. Ich würde ihr einfach eher anbieten den Kopf abzuschlagen. Also, wir haben ja noch eine Axt. Ich lobe dich dass du die Option hast hier zu sagen, hey, hier köpfe doch lieber deinen Freund. Und dich dann auch selbst. Ja, aber die Patronen sind doch viel zu wertvoll. Und vor allen Dingen viel zu laut. Außer sie sind natürlich wieder so ein cooles Kopfkissen. Wir können dir das nicht selbst machen lassen. Dann mach es für mich! Wir müssen gehen. Gib es mir, bitte! Das ist verrückt. Bitte, steck zurück. Es ist nur zwei Sekunden, nur eine Bolle. Und ich kann mit meiner Familie sein und es wird mir gut helfen. Ja. Zurück! Bitte! Oh! Oh shit! Oh oh! Okay. Woah! Take it easy! I just wanna help. You can't. Miss. Just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No! No! Das war laut. Oh shit! Oh shit! Let's get out of here. Hätten wir jetzt da oben noch irgendetwas finden können in der, in der Buhre? Weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall jetzt... Genau, die Aufmerksamkeit. Bei dem Pizza-Bowry. Wir haben eine Angst jetzt. Achso, jetzt willst du dich quasi nach hinten um die Tür einzuschlaschen oder was? Ich denke, das wird nicht gehen, aber wir können es probieren, aber ich... Das wird wieder so eine undurchdringbare Tür sein. Da kannst du mit keiner Axt oder keiner Dynamitstange durch. Nur mit dem passenden Schlüssel. 100 Pro. Na, schauen wir mal. Okay, jetzt eine Metalltür. Dann brauchen wir die Axt wahrscheinlich, um den Stein nach vorne zu ziehen oder so. Und dann mit dem Stein quasi das Glas einzuschmeißen, damit wir an den Dings da rankommen, um den Schlüssel zu holen. Oder? Das wäre jetzt auch meine Theorie. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So. Dirk. Wie geht's? Gut. Wie geht's? Willst du gehen und schauen nach vorne? Mal schauen nach vorne. Okay. So, lieber Chad. Sagt mir noch weiter, wie euch das Spiel bis jetzt so ihr fällt. Alter, warum denn? Mann. Ah, was ist das? Okay. Okay, dann machen wir die Tür auf. Dann machst du doch noch nicht ganz auf. Alter, so ein Stück reicht doch. Können ich mal schon wieder aufräsen. So, und jetzt in die Scheibe. Pfeffer rüber, das Ding. Mal gucken, ob er so weit werfen kann. Wahrscheinlich nicht. So, sehr schön. Hallo, Fernseher. Ah, wenn jetzt tief läuft. Ah, bitte. So. Na, und's dran. So, jetzt hin zu den Frutti-Typen hier. Hm, schauen wir mal. Be Tja, na denn. Nimm's mal deinem Bruder. Befrei ihn, Mann. Erlöse ihn. Schrei doch nicht rum, Mann. Komm, zieht jetzt durch. Erlöse deinen Brudermann. Halt, ich wollte gerade sagen, Halt, es bringt nichts, Mann. Oh, also, oh, komm jetzt doch nicht. Oh, okay. Aber jemand versetzt sich mal... Aber ich geb Jojo recht, Jojo schreibt gerade Äh, warum labern die immer so viel und lassen sich so Zeit? Ich würde echt einfach mal hin und machen Da ist Familie und so, aber das ist doch so gefährlich Das ist geil Erst durch Schreien haben sie sich umgedreht So, wie machen die das jetzt wieder zu? Weil die können doch einfach raufziehen Also, Schloß ist ja nicht mehr da Ja, das ist eben das Problem, ja, das Ding ist jetzt nicht mehr zu Jetzt können wir die Pillen holen Ich habe die Kliniken Und jetzt sagt ihr einfach Nein, wir gehen da nicht rein Zeit, die Apotheke zu öffnen Schlüssel passen nicht Nein So, bin ich Oh no, shit Ja Geil, Alter Wieso denn? Wenn ich von hinten mit der Richtung... Ich riech mal nicht auf, aber da riech mal auf Oh, ein Schraubenzieher Tja, nur nicht im Kopf, sondern nur in der Schulter Den holen wir uns Den holen wir uns? Ja, da setzen wir uns unseren ganzen Werkzeugkasten zusammen Oh Wäre eigentlich mal so geile Collectibles für so ein Spiel irgendwie so, ne? So nachher den letzten... Mach den eigenen Bau... Den eigenen Werkzeugkasten Zange, Hammer Alle Schraubenzieher Recht zange Scheiß, Dreckhäuser Alles nur wegen den scheiß Pillen von dem Typen Schraubenzieher Sie und Lee, Sie müssen unsere Befüße bleiben bis dahin! Und Lee, ich sollte das Axe nehmen, in case ich einen von ihnen zu gehen. Hier geht's! Die Tür ist nicht mehr geschlossen. Scheiße! Sie drei, aufhören! Ich komme zurück so schnell wie ich kann! Geh weg von den Fenstern! Dad, wir brauchen die Hilfe, bitte hurry! Nein! Hey Lee! Wenn wir es nicht durchführen, sollten wir wissen, dass ich... Ich denke, du bist ein großartiger Mann! Wir werden es durchführen! Doug, wenn wir es nicht durchführen, sollten wir wissen! Was ist das? Oh, ey! Man bittet dich! Ich weiß, was? Du sagst, ich weiß! Oh, shit! Oh, fuck, ey! Are you sure? Nein, Mann! Ey, jetzt ist eh die ganze Zeit laut also da, ja? Kannst du das schießen? Boah! Ich bin's leider so laut, Wendy, ich versteh dich nicht! Ich hör's mal, dass du was hast, aber... Oh, no, what? Nichts! Warte! Die Tür ist durch! Geh! Ne! 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 Nein! Holt! 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 Ja, das war's wohl mit dem Deck. Nein! Nimm den Schraubenzieher! Nimm den Schraubenzieher! Alter, das soll nicht sein! Ernst! Nicht sein scheiß Ernst, Alter! Oh, komm los, komm hoch, Mann! Bester Buddy ever! Besonders ein guter Freund! Und dem hast du noch die Tabletten geholt, verstehst du? Haben wir die denn noch gekriegt? Also dem würde ich jetzt nichts zu sterben lassen. Kann man die angehen? So, jetzt sind wir wieder zum Hotel wieder, zum Hotel wieder zurück. Und Steven hat den Schraubenzieher liegen lassen. Ich hab's, ich hab's gesehen. Den guten. Werde man den jetzt mitnehmen soll? Köln? Oder West? Weiß ich nicht. Oh, ja. 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 Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ich hab's mit. du musst tun was du tun musst ja also irgendwie letztendlich muss ja natürlich halt die die storyline halt weitergehen also glän wird definitiv die gruppe verlassen okay das weißt du schon vorher ja weil glän halt ein bestandteil der serie ist quasi und nicht bei denen bleibt jetzt hier jetzt sagen es ist eine falsche entscheidung wird er wahrscheinlich trotzdem gehen okay wo die hat übrigens auch noch geschrieben auf deine frage von wegen wie es dem chat so weit gefällt und ich muss das ich respektiere ich bin sicher wir versuchen ich bin so shit happens hey kim close call back there thanks for picking me up no problem we have to take care of each other yeah we do hey about clementine yeah earlier i said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her you did well i still think that's true but after what i saw today i think between you taking care of her and her taking care of herself you two are gonna be just fine thanks kitty you got it you got it nice how you doing carly i'm okay you know considering i can't stop thinking about doug we couldn't have saved him could we i don't think so happen pretty fast i know it's stupid we just met and he was such a it's just that i think that i liked him well i'm sure he liked youtube wahrscheinlich nicht das was wir anwählt gerade aber i'd rather be alone i think i understand wait lee what is it how did you choose we both needed you you picked me oh my lord i just wish we both could have made it you know me too carly Purer Altruismus. Es ist... Ich wurde wieder getroffen. Ich war da, aber... Ich falle. Und mein Walkie-Talkie zerbrochen. Glenn hatte den anderen. Es ist nur ein Walkie-Talkie. Es war wahrscheinlich nicht viel, zu Beginn mit. Es war nicht nur ein Walkie-Talkie. Ich weiß, es macht keinen Sinn. Aber es ist so, wie ich mit meiner Mutter und meinem Vater gesprochen habe. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir einen anderen finden. Ja, mit dem würde ich jetzt recht nicht sprechen wollen, ey. So, ah, eh. Was willst du? Du möchtest meine Daughter? Ja. Sein Vater versucht mich zu töten. Ja. Ja, er hat das gemacht, weil er weiß, dass Lee Everett ist eine Verkaufelung. Und so will alle anderen, wenn du näher gehst. Du hörst mich? Nee. Ah, er weiß wohl nicht. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Hey, Lee. Hast du einen Sekunden? Ich erinnere mich, als ich sie aufhörte. Ich erinnere mich, als ich sie aufhörte. Ich erinnere mich, als ich sie aufhörte, ich sagte, dass du sie aufhörst. Aber, sind wir in einer Theorapie-Gruppe hier? Ich erinnere mich, als ich sie aufhörte. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Du kannst nicht so sein. Du bist nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Ich weiß nicht. Wir sind Glück, dass du dich haben. Ich hoffe, dass das ist der Geräusch, das wir gewinnen. Ich auch. Der Motorrad ist ziemlich verantwortbar. Wir blocken die Entrenzen mit ein paar Fahrzeuge. Wenn wir jemanden aufhörten können, wir können hier bleiben, bis das Militär läuft. Ich bin tatsächlich mit diesem Plan. Ich auch. Wir haben Bede, wir haben Wasser, und wichtiglich, wir haben Licht. Es sind schlechte Plätze, um nach Hause zu kommen. Ja, du bist richtig. Du weißt, Leute, ich glaube, es wird okay sein. Hahaha, schön. So viel dazu. So viel dazu. Oh, ich will etwas sehen. Okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. No shit. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Derry. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's Farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The Walkers don't worry me as much as the Bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we've done! There's too many of them! You never liked my death! Even back at the drugstore when everyone thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him! This isn't happening! No more! Please! No more, please! 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 Ho 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 ho!